Servus, grüßt euch! Heute wieder mit einem kleinen Video, ein kleiner Einblick zu einem Projekt, das ich momentan mache oder heute kurz begonnen habe und hoffe auch, dass ich da schnell weiterhelfen kann. Es geht um eine Schlitz- und Durchbruchsplanung von einem mega gigantisch großen Projekt, sechs Geschosse, das Gebäude ist über 100 Meter lang und so. Also es ist wirklich brutal, über 2000 Durchbrüche und Schlitze, die neu überarbeitet werden müssen. Teilweise wurden falsche Durchbrüche schon in den Rohbau eingesetzt, falsch geplant. Der TGAler hat in der Zeit gewechselt, jetzt gibt es einen Neubeauftragten, der das Ganze übernimmt und der muss jetzt Ordnung ins Chaos bringen. Und dazu muss er die ganzen Schlitz- und Durchbrüche dokumentieren und in eine Zeile bringen. Also wir haben hier zum Beispiel eine gigantische Excel-Liste, wie ihr seht, mit sehr vielen Daten und Mengen und das geht einige Zeilen, also über 1141 Zeilen mit Aufnahmen von Durchbrüchen und Schlitzen. Und das alles jetzt einzeln wieder in einen Plan wieder zu geben, das kostet natürlich Zeit und Arbeit. Und ich möchte natürlich hier helfen, das Ganze so einfach wie möglich zu machen und das am Schluss auch so ein Musterstempel am Durchbruch hängt. Das möchte ich programmieren. Ja, und da ist jetzt erstmal die erste Information, die ich euch preisgebe. Das ist gerade meine Auftragslage und neben meinen anderen Projekten jetzt eine entspannte Abwechslung. Also entspannt ist in Anführungszeichen. Ich mache dazu ein Smartpart. Das Smartpart wird die Datei auslesen, also die Excel-Datei und wird jeden Parameter einzeln auffassen und übernehmen und mappen. Also das mappen heißt, ich setze Attribute in das Smartpart ein und diese Smartpart-Attribute werden dann gemappt auf Alplan-Attribute. Und dadurch, dass die Alplan diese Attribute erhält oder dass das Smartpart diese Attribute erhält von Alplan, werden wir automatisch einen Stempel dran knüpfen können, der das Ganze hier so anzeigt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus, ciao, euer Peter. Liken nicht vergessen und ja, Kanal natürlich abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ansonsten kommt jetzt gleich die Endcard, da wird bestimmt ein tolles Video für euch dabei sein. Servus, ciao, euer Peter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.